Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Tjalfi, etwas gefrustet von der doch sehr miss- oder wenig erfolgreichen Bärenjagd, aber wir können uns damit trösten, dass Ratzimir sich daran gar nicht erinnern kann, weil er das ja gar nicht erlebt hat. Wir haben ja geladen und insofern backen wir jetzt kleinere Brötchen. Wir sagen, wir machen gerade Landwirtschaft. Wir sind jetzt unterwegs nach Lesnika, um da mal ein bisschen was einzukaufen. Unsere Frau ist mittlerweile schwanger. Ich kann an solchen Steinen einfach nicht vorbeigehen. Es tut mir leid. Wir gehen nach Lesnika, auf der Karte am besten. Da ist ein Auftrag, mal gucken, was das ist für ein Auftrag. Ich hätte fast gesagt, hier stellen wir noch mal ein Lagerhaus hin, irgendwann mal, aber jetzt nicht. Jetzt gehen wir erst mal gucken, dass wir hier nicht vor Wolf gefressen werden, wenn wir Richtung Lesnika laufen und dass wir uns nicht zu tun hächeln. Da ist hier noch irgendwas wieder neu. Ich meine, diese... Oh, da ist was. Ich habe was gefunden. Wie schön. Fischbär. Fein, das kann ich alles verknoppen. Wunderbar. Ja, die Welt ist vielleicht nicht ganz so schlecht, wie man, wie man immer denkt, ne? Wein, Wein, Heul. Ja, äh, das ist so. Sind wir gleich arm wie die Kiesemäuse, wenn wir bei Theobald eingekauft haben. Ich würde gerne noch mal gucken, ob wir eventuell noch ein paar Leute kriegen, die taugen. Erstmal schauen, Häuser. Biesig sind wir ja eigentlich so weit aufgestellt, dass wir noch ein Pärchen hier aufnehmen könnten. Der Holzschuppen muss bemannt werden, der Brunnen könnte bemannt werden, die Jagd ist dicht, die Landwirtschaft. Da kann ich jede Menge Leute gebrauchen, zumal ich ja auch noch den Schuppen bauen wollte. Was seid ihr denn für Genossen hier? Ähm, falsch. Alt. Das wäre eine Gewinnerin. Ich glaube, die andere gefällt mir aber noch ein bisschen besser. Ah, nicht die Windows, da hast du immer daneben geklickt. Drei auf Landwirtschaft, drei auf Gewinnung und die hat drei auf Landwirtschaft und drei auf Diplomatie. Ich glaube, da nehmen wir den. Warum kann man hier auch gehen? Äh, zurück. So, viel Spaß. Ettenburger kann in das einfache Haus einziehen, das mit dem schönen Dach. Und dann kann die eigentlich mal eine Scheune anheuern. Mal gucken. Zumindest so lange, wie unsere Frau noch im Dienst ist. Danach muss sie dann umziehen. Verwaltung. Scheune. Mach doch mal. Robbenkorn. Dann kannst du Weizenkorn machen. Und dann ging es nur 5%. Haferkorn. Leinsamen. Dünger darfst du machen. Achtzig. Haben wir noch irgendwas tun? Wir brauchen kein Mensch. Hör mal halt. Nur mehr. Roggenkorn. Okay. Okay. So, Theobald. Tagschön. Ja, ich habe da was für dich. Und den Mäht kannst du auch haben. Ich bin da ja gar nicht so. Ich will zwei von den längern. Ne, vielleicht reicht auch erst mal eine. Ne, wir nehmen zwei. Dann haben wir immer noch Geld. Tschüsschen. Tschüsschen. Ja, wo müssen wir denn hin? Wir müssen hier hin. Onkel Ratz müffelt wie drei hinten. Ja, weiß ich auch nicht. Breitwegerich. Oh, wie schön. Ne, nehmen wir natürlich mit. Ich hoffe mal, dass wir auch bald mal irgendwie Ton freigeschaltet bekommen. Dass wir uns ein paar Blumenpötter irgendwo an unsere Wohnung stellen können. Ich habe gehört, wir brauchen noch ein paar Punkte auf dem Sektor sammeln, um, na sag schnell, um endlich dieses blöde Lagerfeuer freizuschalten, wo sie sich hinsetzen sollen. Unsere werten Mitbewohner, Mitbewohner und Mitbürger. Hier mit dem Breitwegerich. Ja, wir haben einen Schweinestall, müssen wir bauen. Wir haben noch echt so viel vor. Also nicht. Und dann wollte ich hier ja erst auch ein Lager hinstellen. Die Wegwarte, die Distel. Das nehmen wir alle schon mal mit. Neun Aufgaben. Wieso neun? Naja, es sind wahrscheinlich jede Menge Sachen irgendwie in der Scheune nicht vorrätig. Was ist dann so? Breitwegerich. Ja, damit unsere Lebensversicherung. Natürlich nehmen wir die mit. So, mein Herzblut. Hier ist doch auch noch Breitwegerich. Breitwegerich. Sehr schön. Gut. Das Besenkraut, das sammeln wir selbstverständlich auch noch ein. So, dann Mann. Wir haben zwei Sensen. Eine davon wird ausgerüstet. Und dann gebe ihm. Und die Sensen, die nehme auch nur ich. Das hätten wir vielleicht echt noch mit einer Sichel machen können. Keine Frage. Aber wir brauchen sie so oder so. Okay. Der Eselstall, der nützt uns ja mal so gar nichts. Also das nächste Interessante ist wirklich der Stabstall. Aber wir haben ja gerade noch nicht mal Geld für die Schweine. Insofern, was soll's. Man muss halt das eine, was man will, das andere, was man muss. Und wir wollten, oder ich wollte ja auch noch eine schöne Sitzecke. Innerhalb der Plantagen. Nun, Leute. Bronze sind sie, Bronze sind sie. Flax. Was hatten wir noch? Roggen, ne? Nee, Weizen. Das ist jetzt schon wieder überladen. Na, Mist. Wollte ich jetzt noch den Kohl anbauen. Oh, Kohl. Ja, und dann sollten wir, wenn wir welche haben wollen, dann sollten wir den auch nehmen. Ich denke, mehr als 15 müssen wir aber nicht machen. So, das hier sind jetzt, glaube ich, acht, oder? Ja. Ich denke, mehr als 15 müssen wir. So. 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 Landwirtschaft für diese Saison fertig. Dann können wir jetzt mit dem ganzen Baugedöns anfangen. Und wir werden auf jeden Fall heute in dieser Saison mal Beeren sammeln, was das Zeug hält. Denn wir werden uns in naher Zukunft kein Schwein leisten können, was uns den Dung für die Bestellung im nächsten Frühjahr bringt. Und die wird groß. Das kann ich euch sagen, da wird nämlich im großen Stil Flax kommen. Und da haben wir einfach das Geld nicht mehr, um uns den Dung zu kaufen. Insofern werden wir dann mal was tun müssen. Aber bevor wir das tun, tun wir was anderes. Nämlich wir bauen jetzt die Stelle, die ich bauen wollte. Und dann bauen wir eventuell noch ein Haus. Naja, jetzt bauen wir erstmal den Stall. Ähm... Holzstämme. Okay. Gucken wir mal. Bäh. Bäh. Der Schweinestall, der kommt hier hin. Bisschen weiter in die Mitte rein. Okay. Nützt ja nichts. Wir brauchen acht Steine. Ist da hier irgendwas? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sechs, sieben, acht. Okay. 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 Moment. Taas mal. алось Là. wrote. By Vatican. Du胸? fortable üzer im Peru hospitals. Bo準. Entspelten. Dein. So, dann können hoffentlich die Schweinsges auch einziehen. Irgendwann, wenn wir wieder Geld haben. Was jetzt nicht so schnell der Fall sein wird, so wie ich das sehe. Denn Bärenjagd müssen wir ja auch noch machen. Und dafür brauche ich auf jeden Fall eine gute Armbrust und mindestens 20 Eisenbolzen. Da bin ich dann auch bei 2000 Piepen. Also, das ist eine, was man will, das andere, was man kann. Das ist leider so. Die Holzschale. Holzstamm. Steine weg. Jetzt brauchen wir die Stöcker. Stöcker und Stroh. Habe ich denn noch eine Nama in der Hand oder ist das wieder mein letzter? Nein, ich habe noch einen. Gut. In Ordnung. Okay. Ich suche. Super. Ich tolle. Ich war erst. Das war's für heute. Oh ne, hab ich da die Holzstämme vergessen. So ein Mist. Trottel. Okay, zwei Holzstämme brauchen wir noch. Wird aber mal in den See springen. Und dann werde ich hier ernten, was geht. So, hier ist ein, genau, Fleisch mit Soße. Eins, zwei. Danke. Stein, nehmen wir mit. Den nehmen wir selbstverständlich auch mit. Johannes Kraut. Klar nehmen wir das alles mit. Wir müssen ja Sammelpunkte zusammen sammeln. Wenn ich lustiges Wortspiel. Ja, Schweinske. Wie sieht's aus bei dir? Ähm, so, das ist der Holzstämme, der kann wieder weg. Die Holzschaufel ist ja jetzt auch nicht mehr so. Die Yellow-Frumsäck. Okay. Okay. So, zwei. So. Hm. Und wir gucken mal, ob wir diesen Feldschuppen da auch noch neben kriegen. Landwirtschaft. Ja, Feldschuppen. Und wir brauchen wieder, lass mich raten, Steine. Na, sowas. Das hätte ich ja im Leben nicht gedacht. Ich hoffe mal, dass acht Stück reichen. Vier. 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 Oh, das war's nice. Okay, gut, Feldschuppen fertig. So, wie viel fehlt uns denn noch zu, was haben wir, Materiallager, haben wir das, nee, Fischerhüte auch nicht, oh, da sind wir aber bald dran. Da fehlt nicht mehr viel für unsere 500 Punkte, dass wir endlich dieses blöde Feuer machen können. Okay, Fischerhüte 1. Okay, gut, dann holen wir uns jetzt mal die Materialien für das Feuerchen. Vorher packen wir mal das ganze Gedöns hier weg. Wir kriegen doch unsere Bude noch schön hier, hoffe ich zumindest. Jetzt so, lass mich in Ruhe. Okay. 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 So, Brennholz 6 brauchen wir nur vier Steine. Kalksteine nehmen wir mit. Sieht aus wie ein Ei, aber gut, nützt ja nichts. 150 Token Kostas, ich bin echt, ich bin entsetzt. Ja? Das. Hütein. Altas. Ach, ich bin ganz klar. Ich bin echt, ganz klar. Wenn wir jetzt hier. Ich bin echt, ganz klar. Ja, jetzt. Ich bin ganz klar. Ich bin jetzt hier. Die ist jetzt. Und jetzt bin ich nicht. Bis nicht. Kann man denn hier noch irgendwas machen, was die Sache, das ein bisschen Farbe und ein bisschen schön in unsere Häuser reinbringt? Erstmal verputzen wir jetzt das Ding noch. Okay. Okay. Und ein Saus. Ja, wie macht das? Kann man da irgendwas dekorieren? Was kann man denn da aufhängen? Reliefs. Also, ein Haarenrelief. Ja, sonst ist klar, ne? Ist klar. Trophäen. Wie sind Trophäe? Ja, klar, ne? Natürlich. Was ist das? Haken? Und Regale. Leuchtung. Kerzenhalter. Ich würde ja gerne, Leute. Aber es wäre ja auch schön, wenn man auf diesen Regalen was abstellen könnte. Kann man den Boden dekorieren. Aktuelle Dekoration, das kann man denn machen. Bärenfellteppich. Ja, nee, ist klar. Natürlich nehme ich gerne einen Bärenfellteppich. Fenster kann man auch. Leinenvorhang, Ledervorhang. Schlossener Vorhang. Ja, wir werden dann auch jede Menge Geld brauchen, um uns das leisten zu können. Wie sieht es denn hier aus? Dunger. Federn. Was, haben die das schon alles wieder aufgegessen? Das kann doch wohl nicht wahr sein. So, jetzt machen wir erst mal mal 10 Schaufeln, ähm, 20 Schaufeln, dass, wenn das losgeht mit dem Thron, das sollte bald losgehen können, dass das dann auch klar geht. Okay. 20 Schaufeln können da schon mal rein. Gut, dann nehmen wir jetzt nochmal 20 Bretter mit und bauen dann da hinten beim Lehm und Co. auch nochmal ein Lager. What? Okay. So, jetzt machen wir das, wenn das schon mal Minute sp glued. Also, dann können wir ja auch gleich noch einige Monatenier京 Buddy. Okay. Loch, wenn das nicht so Zeit gemacht. Okay. So, jetzt um sich gut auf jeden Fall. Und wenn ich fertig bin, dann einfach ein bisschen alles Österreich auf versehen. Ich gehe jetzt wohl nach schrickt. So, jetzt mache ich das noch etwas Porch attachment. Okay, ich gehe jetzt. Das ist jetztốngopy newsp. So, jetzt machen wir also das einfach von hierhin. Das ist ja unser Papier. Also müssen wir können das nur heute sein. Aber weil es das ist ja so normal. So veut es gucken, dasäche, wenn du da wie carving, ist feststellst du einfach hierzu, Das war's für heute. Ja, ja. Ja, das ist gar nicht so einfach, wenn das alles auf 150 hoch ist, bis auf der Holzbedarf. Wie viel fehlt denn zur Werkstatt 2? Ist das schon frei? Ne, noch nicht ganz, 250 Punkte, das kriegen wir schon noch ein. A. Okay, die Stocker haben wir geladen. Ja, okay. Gut. Die Küche wollte ich ja auch noch bauen. Die Küche wollte ich jetzt nicht mehr. Okay, die Küche wollte ich nicht mehr. Okay, die Küche wollte ich nicht mehr. Ich nehme das, ich nehme das. Okay, die Küche ist ja schon mal. Okay, das ist ja schon mal. Okay. Okay. Okay, okay. Das könnte sogar sein, dass hier die Zweige gar nicht reichen. Das könnte ich nicht nachher je. Ich ziehe es etwas aus der Puste. Ich lasse mich raten, wenn das Ding spät, dann schalten wir das andere Lager frei. Okay? 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 Gut. Jetzt sind wir mit den Stockern gerade so hingekommen. Die Holzfalken, die brauchen wir aber noch. So, dann gehen wir jetzt schlafen. Ein schwitzender Razzi. Die legt sich zu seiner Königin, wie sie das immer so hübsch formuliert. So. Frau Madame, wie sieht es hier aus essenstechnisch? Muss ich da wieder ran? Die rote Beete-Suppe ist schon wieder weg. Das gibt es doch nicht. Diese Vielfraße. Das darf doch nicht wahr sein. Okay. Also Salzfleisch. Rote Beete. Ein bisschen was machen wir da noch. Die Fresssäcke. Ehrlich. Die Haare vom Kopf. Ich sag euch das. Die Haare vom Kopf. Die Pels ist auch mal wieder da. Gucken, wie viel wir davon kriegen. Äh, ja, nee. Da lang. Zu unserem Haus. So, Razzi. Okay. Rote Beete-Suppe mit Salzfleisch. Okay. Nee, Kohl-Suppe mit Salzfleisch. Okay. Nee, Kohl-Suppe mit Salzfleisch. So, rote Beete-Suppe mit normalem Fleisch. Wahrscheinlich war es das auch schon wieder, weil wir keine Schüssel mehr haben. Ah, okay. Mein Fehler. Ich frage mich, wo denn hier diese Einträge stehen in der Verwaltung oder wo? Dass man weiß, was Phase ist, dass sie genau nochmal sagen, was sie denn eigentlich wollen. Okay, das war ein kurzes Vergnügen hier. Ja, die Kohl-Suppe kann ich mir gleich hinterher hintern, hinter sonst was gehen. Dann kann ich eigentlich hier gleich zusehen, dass sie hier weitermachen. Okay, Salzfleisch, rote Beete, normales Fleisch. Gut. Und Kohl. Und ein paar Schüsseln. Ich werde nochmal kochen müssen. Okay. 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 Rote Beete-Suppe. Okay? Okay. 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 So, Kohlsuppe. Okay. Gehen wir noch was trinken? Okay, Lönzahn. Einen guten Holzhammer brauche ich wieder und ich brauche Balken und Stroh. Genau. Nein, damit. Das sollte doch reichen, oder? Ne, doch, 15 sollten doch reichen. Ich hoffe es zumindest. Ja, wenn nicht, dann muss ich halt hier nochmal hintoben. Davon brauchen wir ja so 60 und 40. Ich hab 40 Stück. Nehmen wir mal besser 50 mit, falls ich mich verrechnet habe. Und? Lieber Razzimir. Irgendwo. Stöcker. Sieht schlecht aus. Okay, wenn er mal kaputt ist, dann ist er kaputt, dann müssen wir einen neuen Basteln daraus. müssen wir Stocker sammeln gehen. Dann brauchen wir aber auch mit der Küche jetzt nicht anfangen. Okay. 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 So, liebe Leute. Weiter geht's. Und der Hammer hat's bald hinter sich. Ich werde mal das, sag ich. Dieses Dach schafft er nicht mehr. sag ich doch. So. So, Stöcker. Her damit. So. 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 so material lager 2 ist fertig schön schön dann können wir jetzt bären sammeln gehen was anderes macht keinen sinn weil wir nichts haben was wir irgendwie so irgendwas sind sinnvollen verarbeiten können dann gehen wir bären sammeln für unsere zukünftigen dünger 1000 stück attacke und los was ich habe dir doch gesagt du sollst gar keinen ton machen wobei damit könnten wir tatsächlich mal anfangen dass wir auch mit dem ton loslegen können wenn das freigeschaltet ist grabung schuppen genau mach halt erstmal nur 25 von dem zeug kalkstein brauchen wir auch noch vielleicht zwölf dafür machst du den rest in ton genau so 1000 bären brauchen wir mindestens im idealfall 2000 aber das werden wir wahrscheinlich nicht mehr hinkriegen mal gucken denn ihr wisst ja aus zehn verdorbenen oder als zehn zehnmal verdorben es wird ein dünger und genau das werden wir uns jetzt zunutze machen solange wir kein geld haben um uns schweine zu kaufen und die die kohle ist jetzt auf längere zeit gesehen wahrscheinlich knapp das wird was wird wahrscheinlich sowieso für mich jetzt echt nicht so einfach hier an das geld ranzukommen normalerweise ist das geld für mich echt immer überhaupt kein problem aber in diesem spiel ist schwierig vielleicht sind auch einfach ein paar blöde entscheidungen jetzt meinetwegen gleich zwei senden zu kaufen ja das macht sein wir brauchen sie sowieso also das ist und es ist noch lange hin bis wir anfangen können unsere sachen selbst zu schmieden breitwegerich nehmen wir selbstverständlich auch mit unsere lebensversicherung der breitwegerich hier ist ja ganz viel breitwegerich sehr schön das hat man echt nie genug das zeug hier sind bären genau die bleiben auch im dorf erhalten ich finde das schön mit ein paar bären schon abgeerntet das gibt es ja gar nicht schweinerei alle weg naja nicht ganz alle aber fast alle ok alle bären weg schade schade sind alle bären weg ja alle weg normal dass die wildsau uns hier pflücken lässt ansonsten muss die wildsau leider den wildsau tot sterben ok so 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 Amen. 400, ach ja. Ich glaube, hier haben wir sie alle, oder? Gibt es hier noch irgendwas blau? Ne, weiter geht's. Genau, kümmer du dich mal um die Wildsau, das finde ich gut. Vielleicht sollten wir aber uns mal diese... Schnüff, die hast du wieder gepupst, das gibt's doch nicht. Ich weiß nicht, wer von euch ein Haustier hat, aber es war mir tatsächlich, bis ich mit dem Hund gelebt habe, nicht klar, wie Hunde pupsen können. Und angeblich können Katzen das auch, also das habe ich bei Katzen noch nie so erlebt, aber bei Hunden meine Fresse. Der ist wirklich... Das kannst du als C-Waffe benutzen, was der da rauslässt aus seinem Hintern. Und dann... ... ... ... Dann... ... ... ... ... ... Ja, man macht ja irgendwie auch keinen Spaß. Tja, wie langweilt sich und ihr langweilt euch wahrscheinlich auch. Tja, was muttert mit, wa? Ich glaube, die haben wir auch alle abgefrühstückt, oder? Ne, hier sind noch welche. Ich glaube, tausend reichen. Ich definiere tausend reichen Diefen. Ja, was hast du, Schnüfti? Wisst ihr was? Was denn? Ja. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. In diesem Beeren-Nest zu holen ist, das nehmen wir noch mit und dann ist aber auch erst mal wieder Sammelpause. Ach, guck mal einer an, den nimmt man natürlich auch mit. Ein Holzstamm. Ein Holzstamm. Ein Holzstamm. Ein Holzstamm. Ein Holzstamm. Ich glaube, haben wir es jetzt? Nee, immer noch nicht. Das gibt es doch nicht. Immer noch nicht? Mann. Jetzt reicht es. Das ist keine Lust mehr. Die Zweige kannst du ruhig noch mitnehmen. Ja. Ja. Wie viel haben wir denn wieder von den Stöcken? Pelz ist schon mal ganz gut. Stein ist auch okay. Ton wird langsam. Das ist gut. Vielleicht schreiten wir ja mit der nächsten Nähcharge auch endlich mal die Töpfereischrei. Okay. Das wäre super. Das wäre super. Aber wenn nicht, dann nicht. Also die Blaubeeren, die packen wir wirklich einmal mitten in die Ecke oder in die Mitte. Damit werdet nicht vergessen. Danke. 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 Vielen Dank. So, was wollte ich jetzt? Ich wollte nähen. Genau. Die Situation in Sachen Platz, Lagerplatz, das müsste ja eigentlich wieder gehen. Das ist ja halbwegs entspannt. Gut. Sieben Pelzschuhe, na dann. Das ist ja halbwegs entspannt. Okay, wie viel Leder haben wir noch übrig? Wir warten erst mal ab. Ich gucke mal. Okay. Wir gucken mal. Die Experte haben wir. Nachdem ich hier immer noch koche, backe ich jetzt mal ein paar auf Kochexperte. Den Handwerksexperten, den mache ich voll. Denn also, wenn ich irgendwas von diesen handwerklichen Sachen besetze, dann ist es die Küche. Wie viel Flachs haben wir denn schon? Flachshalm. Na, da kriegen wir noch ein paar raus. So, genau. Dann können wir fast noch ein Häuschen bauen. Daraus werden wir jetzt Säckchen machen, die für die Landwirtschaft wichtig sind. Und so. Kann man sich die Säckchen überhaupt schon leisten? Doch, das geht gerade noch. Ich hoffe mal, dass uns dann wirklich mal den Ton freischaltet. freischaltet, das wäre super. Denn dann wären wir nicht nur aus Einkünften von der Weberei oder von der Nähstube angewiesen, sondern halt eben könnten auch auf Ton gehen. Lieber Razzi, danke auch. Jetzt habe ich das nicht freigeschaltet. Jetzt habe ich das nicht freigeschaltet. Und jetzt. Das ist ja ganz. Amen. Amen. Gut. So, jetzt können wir noch mal baden gehen und dann ist der Tag hier auch schon wieder rum. Dann baue ich mir, glaube ich, mal ne Zielscheibe und die mal schließen. Und Yippie! Schön, so ein Gebirgsee. So. Ich will doch mal gucken, ob wir irgendjemanden vernünftiges haben. Ich glaube, wir brauchen einen Mann, ne? Verwaltung. Ja, wir brauchen einen Mann. Vielleicht sitzt da ja einer, der taugt, dass er entweder ein Landwirt oder ein Gewinner oder ein Produzent, das ist mir mittlerweile auch recht. Dann kann der kochen. Hier, da sitzt aber gar kein Mann, da sitzen nur Frauen. Die sind jetzt auch nicht so der Oberbahner. Dagobert, Mathilda, seid ihr noch wach? Ach ja, seid ihr. Mathilda, hier, ich hab was für dich. Das ist schön, hier, bitteschön. Ich hätte gerne 700 die Piepen. Toll, Kirsche, kannst du auch haben. Na, aber es ist schnüfti. Ist noch irgendwas, was ich versilbern kann? Nee, ich glaube nicht. Okay. Aha, Herrchen ist da. Hallo. Guti, gut. In dem Sinne machen wir erstmal Pause und dann sehen wir uns später. Jo, ähm, genau. Bis zum nächsten Mal. Damit geht's. Jo, sie livro, ihr tue steep Ton biasure auto Besibelziläurop, das ist ein klubチ topics als weiß leash und wir alle �ndere です aber so weiter. Dit ist ein präsensivitis des Training, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, dein Knotisch.